Die Töne, bzw. die Worte, sind gern etwas moderner. Und zwar ist das Mercy. Kennt das jemand? Ja, klar. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ein bisschen mehr abverlangen werde in so einem Sinn. Wie steht es denn so mit mitsingen? Die Töne, bzw. die Worte, sind yeah, yeah, yeah. Sollen wir das mal probieren? Ich mach mal vorher. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Läuft! Okay, wir machen erst mal anstieg. Normal… Yeah, yeah, yeahand Yeah, yeahand Nice! Yeah, yeah, yeahand Yeah, yeahand Yeah, yeahand Ja, so zu mir, tief, 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 tief. Fun. Ein, tief, tief, tief. Ja, ja, ja. Das ist ja auch ein paar Sachen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. I don't know what this is, but you got me, well, I'm under your spell Ain't that yours? You got me begging you for mercy, yeah, yeah Why won't you release me, yeah, yeah You got me begging you for mercy, yeah Why won't you release me, yeah, yeah I'm begging you for release me, oh Now you think that I should be something on the side But you gotta understand that I need a man who can take my hand I don't know what you do, but you got me good just like I knew you would I don't know what this is, but you got me, well, I'm under your spell You got me begging you for mercy, yeah, yeah Why won't you release me, yeah, yeah You got me begging you for mercy, yeah, yeah Why won't you release me, yeah, yeah, yeah Cause I'm begging to release me Alright, well, I can't Rock go whoo 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 new Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aplausos 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 Aplausos